Hallo und herzlich willkommen zu Money in the Bank Part Nummer 5. Leider ist hier eben wieder was schief gegangen, schon wieder, deswegen muss ich das Intro jetzt nochmal neu einsprechen. Also Webcam ist jetzt auch nicht eingeblendet, weil muss jetzt an dieser Stelle auch nicht. Wir haben das Match Kane gegen Bray Wyatt, die Hölle wird zufrieren. Das könnt ihr euch schon mal ganz ganz sicher in euren Kalender schreiben. Heute friert die Hölle zu. Kane hat bei Raw gegen Eric Rowan und gegen Luke Harbour die Einzelmatches gewonnen und heute Abend bekommt er es mit Kane zu schaffen. Ich halte jetzt den Mund, wir starten die Entrances. Für die Leute, die sich wundern, warum ich reinquatsche, dann kommt die Gamer nicht und macht den langen Finger und sagt, du, 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 das darfst du nicht. Deswegen quatschen wir in die Entrances rein, damit der Gamer nicht ganz so einfach gemacht wird. Ich hoffe, das wird ein episches Match, deswegen jetzt Hell Yeah! Das große, rote Monster! Kane! Kane, mein Favorit für dieses Match. The Big Red Machine hat gegen Eric Rowan gewonnen, gegen Luke Harbour gewonnen und jetzt steht als nächstes Bray Wyatt an und wenn er den besiegt, dann alle Achtung, Kane. Das würde ich schon hart feiern. Und für die Leute, die sich fragen, warum quatschst du seit neuestem in die Entrances rein? Das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, wenn man da so reinquatscht, dann hat die Gamer so ein Problem, das Lied zu erkennen, weil bei den Entrances, wo ich gar nichts sage, da kommt oft die Gamer und sagt mir, ne, 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 darfst du nicht und das will ich nicht. Und guckt euch diesen Kane an. Bam! Das macht einem schon ein bisschen Angst, das Ganze. Kane, mein Favorit für dieses Match gegen Bray Wyatt, auch wenn Bray Wyatt noch ungeschlagen ist. Heute bekommt er seine erste Niederlage, glaube ich. Und dann jetzt Bray Wyatt, der Verschlinger der Welten. Das Spiel bleibt immer da hängen, komischerweise. Was geht jetzt ab? Da ist Eric Rowan und da ist Luke Harper. Was geht denn jetzt ab? Ja, verstehe das mal einer, der will. Eric Rowan und Luke Harper kommen zum Ring. Was soll das denn jetzt? Soll jetzt Kane gegen Luke Harper und Eric Rowan antreten? Es scheint so, als wäre das so. Warum kommen denn jetzt die zwei zum Ring? Bray Wyatt ist gar nicht zu sehen. Wo ist Bray Wyatt? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Jetzt geht das Licht aus. Und da sind sie. Ja, Eric Rowan und Luke Harper. Aber wo ist Bray Wyatt? Und es sieht so aus, als würden jetzt die beiden antreten. Oder kämpft jetzt einer von beiden nochmal gegen Kane? Dass Bray Wyatt sich einfach nicht traut. Nee, irgendwie auch nicht. Kane steht da natürlich jetzt und guckt sich das Ganze an und fragt sich, was soll das denn? Wo ist Bray Wyatt? Jetzt gucken sie. Ich habe keine Ahnung. Was geht jetzt denn hier bitte ab? Ja, die zwei im Ring. Haben wir jetzt hier ein Handicap-Match oder was ist passiert? Ja, Stone Cold könnte uns diese Frage auch mal gern beantworten. Mir egal. Aber was ist jetzt hier Sache? Was haben wir jetzt für ein Match? Ein Handicap-Match. Tatsache, Kane gegen Luke Harper und Eric Rowan. Beide einzelnen hat er besiegt bei den Raw-Ausgaben. Aber jetzt soll er gegen beide antreten. Aber in einem Tag, also Handicap-Match, aber mit Tag-Regel. Also, dass Eric Rowan und Luke Harper sich abwechseln müssen. Also einwechseln müssen. Ja, Bodyslam gegen Kane. Da geht ja schon mal gut los. Seltsam, 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 seltsam. Wo ist Bray Wyatt, der eigentlich für dieses Match gegen Kane geplant war? Schickt hier seine Lakaien in den Ring. Ja, und Eric Rowan schlägt direkt mal hier auf Kane ein. Close-Line an den Hinterkopf. Ja, so kann es gehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt mit der Facecam hier halbwegs synchron ist. Ich versuche das jetzt mal zwischendrin, mir so Punkte zu machen. Denn wenn ich A, B, C sage, müsste man das eigentlich nachher gut synchronisieren können. Ja, obwohl Powerslam vor dem obersten Seil von Kane gerade. Ja, in die Seile. Aber DDT von Eric Rowan. Ja, die haben es ja eigentlich drauf, die Wright-Family. Ganz ehrlich, wenn die drei immer zusammenarbeiten würden, dann würden sie schnell in der WWE alle Titel halten. Aber jetzt haben wir halt dieses Problem hier. Wo ist Bray Wyatt? Er tut sich einfach raus, tritt nicht an gegen Kane. Ja, wahrscheinlich Kopfspielschritt von Bray Wyatt. Ja, und jetzt muss hier Kane gegen zwei antreten. Gegen Luke Harper und gegen Eric Rowan. Jetzt Torture Wreck. Ist das ein Torture Wreck? Torture Wreck-Backbreaker. Von Luke Harper. Das sah eklig aus. Torture Wreck allein ist ja schon eine harte Submission-Aktion. Aber dann auch noch sowas. Wenn er den dann auch noch auf den Nacken drauf fallen lässt. Ei, 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 ei. Das tut schon weh in der... Ja, was ist da? Rippen? Das tut alles danach weh. Aber guckt euch Kane an. Wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Aber ein Luke Harper ist so stark. Habt ihr es gesehen. Wirft einfach Kane von sich weg. Welcher WWE-Superstar kann das sonst von sich sagen? Einfach mal Kane wegstoßen zu können. Den stößt man nicht so einfach weg. Das ist eine Lokomotive, der Kerl. The Big Red Machine. Aber Kane, mein Favorit. Stellt euch mal vor, der gewinnt hier. Vielleicht am besten noch mit einem Double Choke-Stam. Ich würde hier ausrasten. Ich würde hier alles kurz und klein schlagen, wenn Kane hier mit einem Double Choke-Stam gewinnen würde. Schön. Schlägt da auf die Brust von Luke Harper ein. Und jetzt geht es nach draußen. Und jetzt muss Kane natürlich aufpassen. Und da kommt der Backbreaker... Ne, der Neckbreaker von hinten. Von Luke Harper. Hab ich ja noch nie gesehen. Und Big Boot von Kane. Der hat auch voll gesessen. Super Aktion. Also das Mesh-Crip fällt mir schon wieder gut. Das ist wieder so ein typischer Schlagkampf von Luke Harper und von Kane. So war das Match bei Raw auch. Aber das hat am Ende ja auch Kane gewonnen nach dem Choke-Slam. Ich glaube, gegen Eric Rowan hat er auch nach Choke-Slam gewonnen. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Deswegen nagelt mich da mal nicht drauf fest. Ah, Kane zeigt es an. Der will das Match beenden. Und jetzt testet auch Strange. Mehr hat mehr Power. Ja, Luke Harper gewinnt dieses Duell. Und das jetzt in die Seile. Dropkick. Puh. Das ist schon eine gute Aktion. Das erste K war eins. Kane kommt raus bei eins. Komm, Kane. Die Seile. Spymaster. Auf die Matte. Und jetzt vielleicht das Cover von... Ja, nö. Kein Cover von Luke Harper. Greift nochmal das Bein an. Cover. One. Aber Kane kommt wieder raus. Gott sei Dank. Kane ist mein Favorit. Und das ist halt das Problem, was Kane haben wird. Die Wyatt-Family kann sich halt immer wieder auswechseln. Und das bedeutet, Kane muss quasi beide erstmal komplett K.O. kriegen, bevor er dieses Match entscheiden kann. Weil ganz ehrlich, wenn er jetzt ein Chokeslam zeigt gegen Luke Harper, hätte er immer noch keinen Siegssicher. Weil dann kommt Eric Rowan und unterbricht das Ganze. Das kennen wir ja. Ist ja auch komplett normal in einem Handicap-Match. Komm, Kane. Aber wieder. Er kann keine Aktion zeigen. Und jetzt landet er in der Ecke. Und jetzt der Wechsel zu Eric Rowan. Und das ist nicht gut. Ich habe hier meine gute Arbeitskleidung noch an. Hier kann ich mir mal mal zeigen. Moment. Bisschen höher. Da. Da sieht man es. Wer es lesen kann. Guckt euch wieder Eric Rowan an. Das hat er schon mal bei Raw gebracht. Was macht er da? Drückt er mit seinen Fäusten so den Schädel zusammen? So sieht es zumindest aus. Und jetzt das Cover. One. Gott sei Dank kommt Kane da raus. Kane. Mann. Ich setze doch auf dich. Für mich ist Kane das einzige richtige Monster in der WWE. Bei uns ist das auch immer noch. Meine Meinung. Und jetzt ein Submission holt. Und der ist super platziert von Eric Rowan. Wie soll Kane da rauskommen? Ist das die Aufgabe und der Sieg für Lukapa und Eric Rowan? Wäre schade für Kane. Kommt Kane. Kämpfe und gib alles. Ist doch auf episch eingestellt. Dann brauchen wir jetzt einen epischen Kane. Um diesen Riesenkampf zu beenden. Das sind alles drei Heavyweights. Er lässt Kane raus. Weil Kane einfach nicht aufgibt. Kane hat hier einfach den Willen zu gewinnen. Schöner Konter von Kane. Das war wieder super wichtig. Und Running DDT gegen Eric Rowan. Wunderbar. Komm Kane. Hier sind bestimmt genug Leute gerade, die das Video gucken, die dir die Daumen drücken. Kane. Aber Konter von Eric Rowan. Das ist natürlich jetzt das Problem. Und jetzt kann die Wyatt Family da zusammenarbeiten. Da gibt es den Job gegen Kane. Was kommt jetzt? Ach, diese Rolle. Diese Rolle von Eric Rowan. Wie lange kann Kane noch durchhalten? Wie lange kann Kane noch durchhalten? Kane muss ein Chokeslam bringen. Irgendwie sowas. Jetzt hat Luke Harper ihn, äh, Eric Rowan über Powerslam gegen Kane. Das Cover. One. Ne, Kane kommt schon raus. Ich dachte, da wird vielleicht noch mehr kommen. Aber kam nicht mehr. Kane. Komm, zeig alles, Junge. Knie gegen den Kopf. Jetzt juckt auch noch meine Nase. Oh, was ein Close-Line von Eric Rowan. Jetzt kommt er mit Anlauf. Und der Big Splash gegen Kane. One. Two. Nein, da kommt Kane raus. Ich dachte, es wäre drei. Aber da kommt Kane raus. Und jetzt muss Kane alles geben. Jetzt hat er den Big Splash, den Finishing-Move von Eric Rowan schon mal weggesteckt. Jetzt muss er das Match auch noch gewinnen. Damit das auch noch einen Sinn hatte. Leg Drop hinterher von Kane. Vielleicht ist das große rote Monster jetzt richtig wach. Und auf 180. Und dann ist Kane meiner Meinung nach unaufhaltbar, wenn er wirklich jetzt quasi im Rage-Modus ist. Aber dann muss er jetzt wirklich abgehen. Schickt er Eric Rowan in die Ecke. Komm, Kane. Ja, bam, mit dem Close-Line. Genau da, wo es weh tut. Und jetzt Kane. Mach weiter. Wieder Leg Drop. Eric Rowan muss mittlerweile auch angeschlagen sein. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und jetzt vielleicht. Joke Stamp. Komm. Double X. Ne, Double Handed. Spine. Ja, Double Handed. Choke Stamp könnte man das Ding nennen. Aber Eric Rowan kann sich da wehren. Test of Stretch. Wieder mitten im Ring. Ja, Eric Rowan. Und jetzt hat er ihn oben zu seinem Powerslam. Und das könnte die Entscheidung gewesen sein. Das ist es vielleicht. One. Two. Three. Und das ist der Sieg für die Wyatt Family. Eric Rowan pinnt Kane. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also doch. Im Endeffekt ja schon. Weil die zwei konnten sich einfach abwechseln. Das ist doch mal ein Bild. Ich hoffe es hat euch gefallen. Kane leider nicht gegen Bray Wyatt angetreten. Bray Wyatt schickt seine, ja, sein Gefolge. Luke Harper und Eric Rowan haben das Match, ja, nicht dominiert. Sie haben nicht immer nur Aktionen gezeigt. Kane hat gute Aktionen gebracht. Nur einfach gegen zwei Leute von dem Kaliber ist es einfach auch für einen Kane zu spären. Wie geht diese Fede weiter? Kane gegen Bray Wyatt. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe doch noch einiges in der Hinterhand. Und ihr könnt euch schon mal freuen. Bei Monday Night Raw nach Money in the Bank werden wir ein Tag Team Match haben. Genau die zwei hier. Luke Harper und Eric Rowan gegen Kane und einen Tag Team Partner. Und ich denke jeder, der mal ein bisschen in die Vergangenheit guckt, weiß, was Kane für einen Tag Team Partner haben könnte. So viel dazu. Ich hoffe, ihr seid heiß für Monday Night Raw. Es kommen ja noch übermorgen Roman Reigns gegen Randy Orton und dann das Money in the Bank Leiter Match. Punk, Del Rio, Jericho, RVD, The Miz, Daniel Bryan und... Ich habe einen vergessen. Punk, habe ich gesagt? Nee, ich weiß es nicht. Beinen vergessen. Jericho, Miz, Punk, Del Rio, RVD. Brian? Ich habe alle gesagt. Ich hoffe, das hat jetzt halbwegs geklappt hier mit der Facecam. Ich versuche jetzt nochmal Synchronitätspunkte herzustellen. A, B, C. Habe jetzt auch noch bis 1, 2, 3 gezählt, weil ich dann weiß, wie das war. Ich hoffe, das hat funktioniert. Weil so finde ich Facecam immer cool, so als Pay-Per-View-Bonus quasi noch dazu zu machen. Video war 13 Minuten 30 jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bei den nächsten zwei Videos von Money in the Bank. Bis dahin, hell yeah!